Hi! In der heutigen Rezension geht es folgendes Buch, nämlich um das 9. Haus von Liba Dugou aus dem Knauer Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür! Es kostet 18 Euro in einer Club-Broschur-Ausgabe in Deutschland, hat 521 Seiten von der Geschichte her und hat von mir 3,5 Sterne bekommen. Wie ich es fand, dazu gleich mehr, aber erstmal zu den Inhalt dieses Buches. Worum geht es? Es geht um unsere Protagonistin Alex und die hatte es bisher gar nicht so einfach, denn sie ist in jungen Jahren schon in ein Milieu abgedriftet, wo man eigentlich nicht sein sollte. Also mit Drogen, mit zwielichtigen Geschäften, sagen wir mal so. Und ja, sie hat nicht das beste Leben geführt, bis sie eines Tages da rausgeholt wird von unbekannten Menschen, die ihr dann auftischen, dass sie wissen, dass sie Geister sehen kann, was sie bis dato eigentlich verschwiegen hat den Menschen. Und dass sie deswegen für sie arbeiten soll. Also sie fängt fortan an, für das 9. Haus zu arbeiten. Das ist eine quasi Studentenverbindung auf dem Campus der Yale-Universität, wo sie dann fortan auch anfängt zu studieren. Sie muss das studieren, um da leben und arbeiten zu können, klar. Und das 9. Haus ist das 9. Haus der Studentenverbindungen. Und es gibt acht weitere Studentenverbindungen, die da in Bezug zustehen. Und die praktizieren quasi so eine Art magische Rituale, um verschiedene Sachen für sich bewirken zu können. Und Alex ist im 9. Haus, wie gesagt, das ist dazu da, dass alles zu überwachen, dass alles auch so vonstatten geht, dass außenstehende Leute davon nichts mitkriegen, es geheim bleibt und es sich in relativ okayen Bahnen bewegt, sodass keine Leute dazu schaden kommen. Und dann eines Tages wird eine Leiche eines jungen Mädchens entdeckt in der Nähe des Campuses. Und Alex muss rausfinden, hat das was mit ihrem Job zu tun? Hat das was mit der Magie auf dem Campus zu tun? Oder ist es eigentlich nur ein Zufall, dass sie da in der Nähe gefunden wurde? Mehr sage ich dazu nicht. Müsst ihr selber rausfinden, was es damit auf sich hat. Und so wie ich das jetzt zusammengefasst habe in der langen Zeit, so hat sich das Buch auch angefühlt. Also ich habe das Gefühl, da sind viel zu viele Informationen drin und viel zu viele Plotlines, die zusammengeführt werden. Zuallererst, ich habe den größten Respekt an Liba Dugu, dass sie sich das alles ausgedacht hat. Es gibt da so viele Details, so viele Informationen zu dieser Welt, die sie aufgebaut hat. So viele Dinge, die einfließen. Alex als Charakter, ihr Hintergrund, der Hintergrund von allen anderen Nebencharakteren, wie dieser Campus funktioniert, diese verschiedenen Häuser, was deren magisches Ding ist, was sie praktizieren und so weiter und so fort. Da sind so viele Informationen drin, sind so ein großes Universum drumherum aufgebaut und diese Urban Fantasy Geschichte, dass ich einfach nur meinen Respekt deswegen aussprechen muss, weil das sicherlich nicht leicht war, sich das alles auszudenken und logisch zusammenzubringen, was es tatsächlich auch war, soweit ich mich erinnere. Deswegen hat es auch dreieinhalb Sterne gekriegt. Die Idee ist interessant, der Aufbau der Welt ist super detailreich und man erfährt auch sehr, sehr viel und ich finde diesen Kontrast auch interessant zwischen Alex, ihrem Hintergrund und ihrer quasi Vulgarität in ihrem Charakter, die dann auf einmal in so einer Umgebung ist, wo alle seriös sind und alle ernsthaft studieren in einer Elite-Universität und dass sie da nicht so richtig reinpasst. Dieser Kontrast zwischen diesen beiden verschiedenen Welten hat es ja auch super interessant gemacht. Allerdings muss ich sagen, es hat für mich nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich muss als Disclaimer am Anfang sagen, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Fantasy gelesen, sehr, sehr viele dickere Fantasy-Bücher, auch viel vom Knauer Verlag. Wenn ihr mich länger verfolgt habt, habt ihr das mitgekriegt vielleicht. Und ich glaube, es ist einfach mir zu viel geworden. Und jetzt, ich habe das schon in den letzten Monaten gemerkt, dass es langsam ein bisschen viel wird. Aber mitten im Lesen von diesem Buch habe ich das extrem gemerkt. Ich kam einfach nicht mehr voran in diesem Buch. Zum einen hat mich das jetzt nicht so super doll gepackt. Zum anderen war es mir zu viel Fantasy. Allgemein habe ich viel Fantasy gelesen und dann ist hier auch noch so viel verschiedene Details über fantastische Dinge drin, dass es für mich zu viel wurde und ich erstmal Abstand nehmen musste. Und ich habe danach zwar weiter gelesen und fand es dann auch zu Beginn auch wieder richtig gut und reinziehend. Aber je weiter ich gekommen bin, das ist ja auch ein langes Buch, umso mehr habe ich wieder gemerkt, dass mir jetzt wieder zu viel wird, dass ich jetzt froh bin, wenn ich es durchhau und einfach nur Sachen lesen kann, die nicht unbedingt so viel mit Fantasy zu tun haben, die nicht so schwerfällig sind und nicht so viele Informationen beinhalten. Es war mir einfach zu viel. Ich weiß nicht, ob es dieses spezielle Buch ist, das ja mein Fass zum Überlaufen gebracht hat oder ob es jedes andere Fantasy Buch auch gewesen wäre. Aber mir wurde alles zu viel und nicht nur allgemein Fantasy, sondern auch hier drin. Ich hatte am Ende das Gefühl, die Frau wollte, also die Autorin wollte einen schockieren. Also es gab mindestens drei bis vier Twists in diesem Buch. Man hatte das Gefühl, die Fall jetzt aufgelöst zu haben und dann gab es noch einen Twist. Und dann gab es noch einen Twist und dann gab es noch einen Twist. Und Alex hat die ganze Zeit gedacht, ja, das ergibt aber gar keinen Sinn. Da sind hier und da und da noch Löcher in der Geschichte. Dann versucht sie das noch aufzudecken und dann gab es noch einen Twist. Wie gesagt, dann hat sie wieder gesagt, ja, aber da fehlen doch immer noch die Antworten zu dieser und dieser Frage und dann kam noch ein Twist. Wie gesagt, drei bis vier Mal gab es das da drin. Das war mir dann auch zu viel. Es gab so einige Neben-Zeitplots, die für meinen Geschmack auch viel zu intensiv behandelt wurden. Gut, dass es drin war. Gut, dass ich so viel ausgedacht habe. Aber für mich wurde zu viel Zeit teilweise mit diesen Nebenplots verbracht. Der einzige wirklich interessante Charakter für mich war Darlington in diesem Buch. Aber der ist nach einem bestimmten Zeitpunkt hier auch nicht mehr so viel vorgekommen. Das hat seinen Grund, will ich jetzt nicht erwähnen, weil ich nicht will, dass ihr gespoilert werdet. Aber das fand ich dann schade. Ich muss sagen, dass ich mit Alex an sich nicht so viel anfangen konnte. Ich fand diesen Kontrast interessant, den sie gebracht hat. Aber ich fand das für mich persönlich nicht so ansprechend. Also ich mochte ihre Vulgarität nicht so gerne, weil ich das Gefühl hatte, es passt nicht da rein. Das soll ja auch nicht reinpassen. Es soll ja den Kontrast darstellen. Aber ich mochte das in dem Zusammenhang nicht. Ich mochte nicht, dass sie immer so übertreiben musste, dass sie dann extra, ja, extra Schritt gegangen ist, um extra vulgär zu wirken. Ich mochte viele ihrer Entscheidungen gegen Ende nicht, wo sie gefühlt extra Leuten wehgetan hat oder wo sie einfach total abgedriftet ist in so Gewaltschiene, obwohl sie das eigentlich, obwohl sie eigentlich sympathisch sein sollte und eigentlich nur das tun sollte, um sich weiterzubringen. Aber sie hat es dann übertrieben in meinen Augen. Also ich mochte sie als Protagonistin nicht so gerne. Ich kann sie verstehen. Ich finde es auch interessant, wie die Idee dahinter ist. Aber die Idee war jetzt nicht meins, dass sie als Kontrast da drin ist. Ich hätte da so einen Protagonisten wie Darlington viel interessanter gefunden. Ich fand, dass so viele Informationen da drin, also über jedes Haus wurde dann immer wieder was erzählt. Sobald man das Gefühl hatte, jetzt habe ich was verstanden, ist man zu einem anderen Nebenplot gegangen und hat auch da wieder Hintergrundinformationen erzählt. Es kamen so viele Informationen innerhalb dieser 500 Seiten, dass ich mir weitem nicht alles merken konnte. Es war mir zu viel. Irgendwann konnte ich Charaktere nicht mehr auseinanderhalten. Ich wusste nicht mehr, wer das ist, weil er gefühlt erst vor 300 Seiten vielleicht einmal aufgetragen ist. Und seitdem weiß ich nicht mehr, wer das eigentlich war, weil er nicht so eine große Rolle gespielt hat. Es gab viele Rückblenden in die Vergangenheit von Alex, was super interessant war, wie sie dahin gekommen ist, wo sie dahin gekommen ist. Aber es hat halt nicht so eine super große Rolle gespielt, obwohl sie unsere Protagonistin ist. Deswegen war es zu Recht da. Aber zum Beispiel so Rückblicke in Darlingtons Hintergrund fand ich auch super interessant. Aber dadurch, dass er halt irgendwann nicht mehr gekommen ist, nicht mehr vorgekommen ist, war das halt auch super unnötig. Und so gab es eigentlich einige Zeitplots, die am Ende wieder reingespielt haben und großen und ganzen Sinn ergeben haben. Aber währenddessen ich mir gedacht habe, ich muss das jetzt nicht bis ins Detail hören, weil ich das Gefühl hatte, das ist unwichtig. Es war am Ende dann so ein bisschen wichtig, aber dass ich so viel Zeit damit verschwendet quasi habe, mir zu versuchen, das zu merken, das war es nicht unbedingt wert. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist an sich super beeindruckendes Buch und ich verstehe auch alle, die das super toll fanden. Ich fand es zu viel. Es hat bei mir nicht das gebracht, was es bei anderen gebracht hat. Es hat bei mir nicht funktioniert. Ich bin super beeindruckt von der Autorin, dass sie das so viel Arbeit da reingesteckt hat, aber es hat für mich nicht funktioniert, wie es funktionieren hätte sollen, wie sich die Autorin das gedacht hat. Und das fand ich furchtbar schade. Ich weiß nicht, ob es an dem Punkt einfach lag, wo ich es gelesen habe. Vielleicht hätte ich es besser gefunden, wenn ich es später gelesen hätte oder letztes Jahr noch. Aber jetzt gerade hatte ich da leider keinen Spaß dabei und ich konnte es nicht erwarten, dass ich das einfach beende, weil es für mich zu einer Arbeit verkommen ist, das Buch zu lesen und nicht zu einem Vergnügen. Und ich wollte es einfach nur hinter mir haben. Und so sollte ein Buch nicht sein. Also ja, ich glaube, es ist einfach die Connection zwischen mir und diesem Buch hat nicht gestimmt. Das bedeutet nicht, dass es ein schlechtes Buch ist, bei weitem nicht. Und wie gesagt, ich verstehe, dass es sehr vielen auch sehr gut gefallen wird und kann und tut auch. Und ich würde jetzt niemanden davon abraten. Ihr müsst euch nur im Klaren sagen, dass es halt sehr, sehr viel Info ist. Und ja, wenn ihr sowas mögt, viel Spaß. Ich empfehle es euch dann. Aber wenn ihr denkt, im Moment ist das nicht so das, was ich gerne lesen möchte, dann überlegt es euch nochmal. Lest vielleicht die Leseprobe. Es könnte euch vielleicht auch zu viel sein. Ich weiß nicht. Für mich war das jetzt nicht das ideale Buch zu dem idealen Zeitpunkt. Leider. Aber dreieinhalb Sterne ist trotzdem eine gute Bewertung. Und wie gesagt, ich kann es empfehlen, wer auf sowas super Lust hat. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so darüber denkt, über dieses Buch oder Libadugos Bücher allgemein. Und ansonsten sehen wir uns und hoffentlich im nächsten Video wieder.